So Leute, das ist hier kein Handyhalter. Ich will hier nämlich die Linse ausbrechen bzw. das Glas von der Kamera. Das habe ich hier mit einem super heftigen Kleber festgemacht. Da wo der Blitz ist und das Mikrofon habe ich jetzt überklebt und ich denke, dass mein Kleber härter, heftiger ist als der Kleber vom Glas. Geil, oder? So, jetzt werden wir gleich mal das hier rausbrechen, die Linse. Ich habe gesagt, ich sage immer Linse, das ist ja das Glas. Wollen wir mal gucken, wo das jetzt extra mal so machen, dass ich das hier rausbrechen kann, damit nicht die Scherben nach innen. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich würde Klebestreifen innen abmachen. Ja Leute, ist das geil? Oh, wir kommen bald, oder? Ohne hier lange knack, 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 knack und jetzt noch ein kleines Stück. Hm, gut. So ein kleines Stück ist noch da. So Leute, ist das eine geile Methode, oder ist das eine geile Methode? Ja, und hier bei dem neuen ist sogar noch so ein, ich nenne das mal so ein Sieb, also dass es hier so eine Abdeckung drin ist für das Mikrofon. Das habe ich bei dem letzten Glas nicht gehabt. Ja, geil, oder? Hier nochmal das Loch drinne vom Mikrofon und dann setzen wir das jetzt hier rauf. Das ist echt geil, dass wir dieses Mal hier so eine schöne Folie drauf haben, dann lässt sich das besser rein machen. Ja, und das war's schon, Leute. Wenn ihr damals zu Apple geht, könnt ihr die ganze Platte hinten ersetzen. Apple sagt nämlich, das ist kein, das ist kein, das gibt es nicht einzeln. Das ist